Heute ist wieder ein Angeltag und wir werden heute angeln gehen. Und zunächst einmal werden wir zeigen, wie das Schlauchboot mit Motor und dem ganzen Zubehör hier in den Kofferraum reingeht. Den Motor haben wir jetzt schon eingelegt und jetzt kommt das komplette Schlauchboot in der Tragetasche. Also hier in der Tragetasche befindet sich halt das komplette Schlauchboot. Und die Slipreifen, die Paddeln, die Pumpen, alles mögliche. Und das können wir dann hier so seitlich drehen und dann ist es komplett im Auto drin. Also wie man sieht, kann man noch genügend Platz, aber das machen wir noch mit dem ganzen zusätzlichen Equipment dann voll. Das ist dann Tragetasche, Untersitztasche. So, jetzt kommt der ganze Rest da rein. Der Tank, den bewahren wir halt immer in so einer Plastikbox auf, weil der im Auto halt sehr stinkt. Und mit dieser Plastikbox ist der Geruch dann weg. Und später, wenn wir das Schlauchboot dann wieder einpacken, dann haben wir halt nicht diese Benzingerüche im Auto. Das funktioniert wirklich wunderbar, das ist einfach nur eine Box aus Ikea. Dann meine Jacke, die Pumpe, wir haben zwar eine elektrische Pumpe, aber sicherheitshalber nehme ich immer die Pumpe mit. Dann kommt meine Tasche mit meinem ganzen Ray Blaser Zubehör. Können wir dann hier hinpacken. Also ich werde im Laufe des Videos nochmal detailliert drauf eingehen, was wir genau benutzen. Und dann können wir das einzelne Zubehör nochmal absprechen. Das ist nochmal der Sitz. So, man sieht also, man hat noch reichlich viel Platz. Und ich hoffe, wir konnten so ein paar Fragen beantworten, weil es kommen immer wieder die Fragen, passt das denn ins Auto, wie ist der Schlauchboot dann im zusammengefalteten Zustand. Das Schlauchboot ist jetzt ein 3,20 Meter Schlauchboot mit sehr viel Zubehör am Boot und hat nochmal Slipreifen. Aber das zeigen wir dann alles nochmal, wenn wir am Wasser sind und das Ganze aufbauen. Dann machen wir das Video nochmal und zeigen dann, wie wir das selber privat benutzen. So, wir sind jetzt an unserem Ziel hier. Und zwar ist das hier unsere Slipstelle, wo wir gerne hinkommen, weil man hier mit dem Auto hinfahren kann, das ganze Boot jetzt hier aufbauen kann. Und dann gibt es hier so einen schönen Weg, wo wir das Boot dann mit diesen Reifen runtertragen werden. Und hier drüben geht es dann zu Wasser. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeigen wir euch. Jetzt wird das Boot rausgenommen. Ja, also wie man sehen kann, ist das beim Nexus besonders Vorteil. Wir haben das Boot jetzt aus der Tragetasche getan, haben das ausgerollt und jetzt können wir sofort aufpumpen. Das heißt, es gibt keinen Einlegeboden, den man reinlegen muss. Der Boden ist eingebaut in dem Schlauchboot. Und das, was wir jetzt machen, ist mit der elektrischen Pumpe. Und zwar ist das Besondere an dieser elektrischen Pumpe, zunächst einmal ist das eine Bravo-Pumpe. Eine BTP12. Anfangs hatte ich die elektrische Pumpe immer mit der Originalbatterie betrieben. Aber diese Originalbatterie ist bei einem Mal Aufladen des Schlauchbootes plattgegangen. Und dann war ich halt frustriert und habe das erstmal zur Ecke getan. Bis ich dann irgendwann mal auf die Idee gekommen bin, die Batterie von meinem Echolot zu benutzen, weil die etwas hochwertiger war. Und dann habe ich gemerkt, dass das Schlauchboot sich über zehnmal aufpumpen lässt. Und das habe ich dann halt jetzt gemacht. Das heißt, ich habe einfach das Kabel von der Pumpe abgeschnitten. Habe dort anständige Klemmen reingebaut, sodass ich die Batterie auch problemlos hier rein- und wieder rausstecken kann. Und habe das Problem damit gelöst. Das heißt, mit dieser Pumpe und mit der Batterie kann ich das Boot bis zu zehnmal aufpumpen. Zusätzlich musste ich dann noch das so machen, dass ich das vordere Ventil, muss ein Stift verbaut werden. Und zwar sorgt dieser Stift dafür, dass das Ventil leicht nach außen gedrückt wird. Weil die elektrische Pumpe erzeugt ja konstanten Luftstrom. Und das schafft es nicht, das Ventil rauszudrücken. Also bei der Pumpe ist das ja so, man macht immer einzelne Lüftstöße. Und bei jedem Luftstoß geht die Feder rein, das Ventil öffnet sich und verschließt wieder. Das heißt, bei jedem Pumpstoß öffnet sich das Ventil und verschließt. Weil die elektrische Pumpe konstant Luft aufpumpt, ist das nicht möglich. Deswegen müssen wir einen Stift verbauen, dass das Ventil leicht nach außen drückt. Sodass wir das einfach nur noch einstecken, auf den Knopf drücken. Und soweit die Pumpe aufhört bei der Barzahl, die ich hier einstelle, dann ist das fertig. Ich gehe zur nächsten Kammer, schließe es an, drücke auf den Knopf und es ist fertig. Also einfacher geht ein Schlauchboot aufbauen wirklich nicht mehr. So, ich schließe das an. Ich habe jetzt hier 0,25 Bar eingestellt. Drücke auf den Knopf. Jetzt fängt die Pumpe erstmal an, normal Luft zu pumpen. Und wenn das dann irgendwann nicht mehr geht, dann fängt er an zu kompressieren. Das heißt, er macht einzelne Luftstöße, damit er diese 0,25 Bar Luftdruck auch erreicht, was das Schlauchboot halt braucht. Das heißt, ich habe jetzt die Pumpe angeschlossen, kann mich jetzt auf mein restliches Zubehör konzentrieren. Und das Schlauchboot werde ich jetzt hier komplett aufbauen. Und wenn ich das komplett aufgebaut habe, kann ich dann mit Hilfe der Slipreifen hier, das dann komplett zu Wasser tragen. Also die Slipreifen sind wirklich so mit das Beste auf dem Markt meiner Meinung nach. Und der Vorteil ist einfach, ich kann die Slipreifen am Boot dran lassen und kann das Boot auch so zusammenfalten und die Tragetasche tun. Das heißt, ich muss die Slipreifen nicht abmontieren, wieder rein montieren. Einfacher geht es nicht. Und nachdem das Boot jetzt aufgepumpt ist, kann ich die Slipreifen hier rausnehmen, seitlich drehen. Und gleich, wenn das Schlauchboot aufgepumpt ist, steht es dann auf den Reifen und ich kann das Boot dann einfach zu Wasser tragen. So, die zwei Kammern sind jetzt komplett vollautomatisch aufgepumpt worden. Jetzt zeige ich einmal, wie das bei der dritten Kammer funktioniert. Und zwar muss das Ventil im verschlossenen Zustand sein. Verschlossen bedeutet, dass der Stift muss rausgucken, nicht reingucken. Dann stecke ich das Ventil rein. Jetzt lockt dieser Innenstift dafür, dass das leicht nach außen gedrückt wird, dass ein kleiner Schlitz ist. Wenn das Ganze aufgepumpt wird, dann ist innen drin das Gummi, was da drin ist, wird dann durch den Luftdruck gegen das Ventil gedrückt. Und wenn das Boot komplett aufgepumpt ist, dann weicht keine Luft raus. Stecke ich an, stelle hier automatisch 0,25 Bar ein, drücke einmal auf On und dann würde ich auch die Kamera jetzt nicht anhalten, sondern die ganze Zeit laufen lassen, einfach mal zu sehen, wie schnell das funktioniert. Wenn die Pumpe arbeitet, kann ich mein restliches Boot aufbauen. Ich kann schon mal die Paddeln dran machen. So, dann gehe ich hin und mache meinen Sitz dran. So, kommen wir zum Sitz. Generell ein großes Problem, also der Akku hat jetzt angefangen, nachdem das aufgepumpt wurde, jetzt den Hochdruck zu erzeugen, also diese 0,25 Bar zu erzeugen. Und sobald die 0,25 Bar erreicht sind, hört die Pumpe automatisch auf. Das werden wir jetzt gleich sehen. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist, das Ventil abzustecken. Und danach, weil es ein bisschen laut im Hintergrund ist, erzähle ich noch ein paar Worte zu dem Sitz, den ich hier benutze. Also das Schlauchboot ist jetzt über zwölf Jahre alt. Das war noch einer der ersten Nexuse, Nexus 320. Seitdem hat sich enorm viel getan bei dem Schlauchboot. Das ist so die Urversion überhaupt. Und es funktioniert noch und deswegen habe ich auch keinen Bedarf, das zu wechseln. Warum sollte ich es wechseln? So, Pumpe ist fertig. Das Schlauchboot ist exakt auf 0,25 Bar aufgepumpt. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, Ventil abstecken, Ventildeckel drauf und fertig. So, jetzt kommen wir zu dem Sitz. Also den Sitz selber so verkaufen wir nicht. Wie habe ich das gelöst mit dieser Lehne? Es ist nicht perfekt, ich kann mich nicht wunderbar dran lehnen. Das geht nicht wunderbar, aber es ist einigermaßen okay. Das heißt, es ist relativ noch gut. Ich freue mich jedes Mal über diesen Sitz, weil wenn ich acht bis zehn Stunden angle, dann merkt man das schon, dass am Rücken, dass das dann weh tut. Wie habe ich das gemacht? Das heißt, ich habe einen ganz normalen Drehteller hier genommen. Ich habe so einen typischen Kunststoff-Sitz hier genommen. Den gibt es auch mit so einer gepolsterten Version. Und habe den Drehteller dann auf das Holzbrett hier geschraubt und da oben drauf den Sitz. Fertig. Dann habe ich jetzt einen Sitz mit einer Lehne. So, weil der Steuerpin links ist, muss ich den Sitz auch rechts machen. Das Wichtige ist dabei natürlich, dass ihr diese Drehplatte so weit wie möglich nach vorne tut, damit es nicht so starke Hebelwirkungen gibt. Aber ich würde das Ganze auch nochmal demonstrieren, wie das ist. Also den Sitz selber verkaufen wir nicht in unserem Shop. Ich werde euch jetzt alles zeigen, was ich selber an meinem Schlauchboot habe. Zu 70% verkaufen wir die über bengar.de, 30% nicht. Aber es geht jetzt hier wirklich nicht ums Verkaufen, sondern tatsächlich einfach nur darum, was ich alles an meinem eigenen Schlauchboot benutze und was ich euch selber empfehlen kann. Das ist jetzt hier der Sitz und ich kann das einfach mal demonstrieren, wie gut die Lehne funktioniert. Also das sind jetzt schiebbare Sitze. Wenn es steckbare Sitze sind, dann kann es schon sein, dass die Sitze rausgehen aus den Steckverbindungen. Aber bei schiebbaren Sitzen gehen die halt nicht raus und ich kann mich nicht perfekt, aber es reicht mir. Also ich liebe diesen Sitz. Ganz einfache Lösung, günstige Variante. Und ich habe einen Sitz an meinem Schlauchboot und kann auch über 6 Stunden problemlos, schmerzfrei im Rücken alt angeln. So eines meiner persönlichen Lieblingszubehörs ist dieser japanische Routenhalter. Ich gebe ehrlich zu, es ist eine teure Angelegenheit. Es ist teuer, aber wenn ich euch gleich zeige, was das Ding besser kann als der normale Routenhalter, dann werdet ihr sicherlich überzeugt sein. Und zwar, erst einmal habt ihr wahrscheinlich gemerkt, dass ich den einfach drauf gesteckt lasse. Das heißt, ich brauche den nicht immer raus und rein nehmen, ich lasse das einfach hier dran. Das Ding ist so flach, dass ich das mit dem Boot einfach zusammenrollen kann und es bleibt immer hier drauf gesteckt. Das heißt, wenn das Boot aufgepumpt ist, muss ich nur noch den Bügel hier hoch machen. Ich muss dann dieses Stück hier an meinem Routenhalter blank montieren. Dafür stecke ich das dann hier dran und muss das Ganze dann hier festschrauben. Mit dabei ist immer dieser Kunststoffschlüssel hier, damit man es gegen Ende hin richtig schön fest machen kann. Das heißt, jetzt benutze ich den Kunststoffschlüssel und ziehe das dann fest. So, jetzt ist es fest und jetzt kann ich das machen, was ich mit keinem anderen Routenhalter machen kann. Ich kann ihn reinstecken und kann ihn genauso einfach wieder lösen. Das ist sehr vorteilhaft, wenn ich schleppe beispielsweise. Das heißt, ich lasse die Rute hier, habe genau die Spitze in meinem Betracht. Das heißt, ich habe die Spitze immer im Augenwinkel. Und sobald der Fisch anbeißt, kann ich die Rute sofort nehmen und habe die Rute dann in der Hand und kann den Fisch besser kontrollieren. Das ist mein persönliches Lieblingszuhöher. Ein paar Worte zu der elektrischen Pumpe. Jetzt pumpen wir den Boden auf. Und zwar fragen sich einige, wo bekomme ich das und so weiter und so fort. Wir sind derzeit dabei, eine Komplettlösung anzubieten. Das bedeutet, mit dem richtig guten Akku, mit der Pumpe, mit der Originalpumpe, die ich hier jetzt benutze und mit dem Ventiladapter. Mit dem Stift schon eingebaut. Da jedes Ventil bei jedem Schlauchboothersteller unterschiedliche Tiefen hat, kann man leider nicht einmal den Stift versetzen und dann universell für jedes Ventil benutzbar machen. Deswegen müsst ihr schauen, dass ihr diesen Stift an dem Ventiladapter selber da positioniert, wo ihr es habt. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, müsst ihr beim Ende des Aufpumpvorgangs, müsst ihr das dann schnell das Ventil wieder zumachen. Geht auch! Aber wer es richtig gut haben möchte, der sollte in den Ventiladapter diesen Metallstift reinsetzen und dann ist das Problem für die Zukunft gelöst. Diese Ventiladapter verkaufen wir selber auch in unserem Shop mit dem Stift. Aber werden dann halt in der Zukunft auch ein Paketangebot anbieten, wo alles dabei ist. Das heißt, da ist die Batterie dabei, die Pumpe dabei, der richtige passende Ventil in verschiedenen Tiefen. Oder ihr benutzt euren Originalventil von dem Schlauchboot und müsst dann so noch diesen Metallstift da reinsetzen, dass das Ventil leicht aufgedrückt wird. Und dann habt ihr das Gleiche, wie wir es hier haben. Also besser geht wirklich nicht. Das Schlauchbootaufbau ist immer ein leidiges Thema und mit... Ich sag mal, kostet natürlich wieder, weil der Akku besonders teuer ist, aber einmal investiert und man muss das Pumpenboot nie wieder sorgfältig aufpumpen. Jetzt packe ich mein ganzes Zeug da rein. Das heißt, erst einmal der Tank. Dann mein ganzes Zubehör. Was ich dabei habe, ist der Rod Holder 2 von Ray Blaser. Den stecke ich mal hier rein. Dann habe ich die Lohnakko-Positionslampe. Das heißt, wenn wir später, wenn es dunkel wird, wollen wir auch auf Zander angeln. Und damit wir dann auch keine Probleme haben, müssen wir eine Beleuchtung haben. Und mit dieser Beleuchtung dürften wir nachts angeln. Das heißt, wir müssen die Positionslampe dann anschalten. Es müssen diese drei Farben, Rot, Grün und Weiß sein. Und dann dürfen wir dann nachts auch auf Zander gehen. Das lege ich hier zur Seite. Dann habe ich noch einen Rutenhalter für den Beifahrer. So, dann habe ich natürlich noch meinen Anker. Den habe ich ehrlich gesagt heute das erste Mal im Einsatz. Davor hatte ich immer einen 1,5 Kilo Anker. Der war viel zu schwach. Das heißt, das hat mich genervt. Und jetzt habe ich einen 5 Kilo Anker. Also ich teste den heute. Ich weiß auch nicht genau, ob das jetzt wirklich so für das Schlauchboot geeignet ist. Ich wollte auf jeden Fall was Hochwertiges haben. Deswegen habe ich so einen Edelstahl-Anker genommen. Und den befestige ich dann mit dem Ankerhalter hier. Das Ganze gibt es von Ray Blaser auch. Aber damals gab es das nicht. Deswegen musste ich hier nochmal so eine Phasenhalterung verbauen. Das heißt, nur mein Ankerhalter hat speziell noch eine andere Halterung. Und Phasenhalterung bedeutet einfach, dass sie nicht miteinander kompatibel sind. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel den Ray Blaser-Rotenhalter nicht mehr hier reinstecken. Diese Halterung, die hier jetzt verbaut ist, ist nur für den Anker da. Aber wie gesagt, in shopbanger.de haben wir das Ganze umgebaut. Und da gibt es auch genau den gleichen Ankerhalter für das Ray Blaser-System. Das heißt, der Vorteil bei euch ist jetzt, ihr könnt euch bei einem System bleiben und müsst jetzt nicht extra nochmal eine Halterung von einem anderen System kaufen, damit ihr den Anker mitbenutzen könnt. So. Ankerhalter. Kommen wir mal zu dem Thema hier. Also das Zubehör hat mich so sehr fasziniert, dass ich sogar bereit war, ein anderes System auf meinem Boot dran zu montieren. Warum es so geil ist, jetzt erkläre ich euch. Und zwar, das Schöne daran ist, man muss keinen Knoten mehr binden. Das war immer ein lästiges Thema. Insbesondere man hat den Anker reingeworfen und dann hat man Knoten gebindet und auf einmal hat sich das Boot ein bisschen bewegt und auf einmal war das Seil wieder schlaff. In diesem Fall musste man dann wieder den Knoten lösen, wieder einen neuen Knoten binden. Lästiges Thema. Bei dem ist das folgendermaßen. Wenn ich den Anker jetzt loslasse, muss ich hier an diesem Schalter hier betätigen und dann, zack, geht der Anker zu Wasser. Wenn der Anker jetzt zu Wasser gegangen ist und das Seil ist irgendwie schlaff geworden, dann ziehe ich einfach da dran und es wird immer fest. Das heißt, dieses Seil bewegt sich nur in diese Richtung des Bootinneren, in die andere Richtung nicht. Das Schöne ist auch noch, wenn ich den Anker jetzt wieder zum Boot holen muss, dann muss ich diesen Anker nicht irgendwie mit Wasser und dann hat sich das ganze Boot versifft, sondern lasse den Anker einfach an der Seite hier liegen und ziehe einfach nur noch an dem Seil so lange, so lange, bis das Ding hier an der Seite wieder hier so pendelt. Und wenn ich den wieder benutzen möchte, dann mache ich einfach, drücke ich auf diese Taste hier und zack, ist der Anker wieder unten. Auch eine supergeile Erfindung. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das erleichtert das Ganze und alles, was das Leben erleichtert, benutzt man dann auch viel lieber. So, das ist zum Thema Anker. Der sitzt jetzt auch hier. So, jetzt kommen wir zur Handyhalterung. Und zwar, früher hatte ich den Ray Blaser-Routen, den Handyhalter, ja, das war so ein Teil hier. Und es ist relativ universell, auch eine schöne, schicke Sache, sage ich mal. Aber, was mich hier auch ein bisschen gestört hat, ehrlich gesagt, war immer, dass ich diese Klammern auseinandernehmen muss und dann dieses Gummi drum machen muss. So, das war früher die Lösung. Jetzt habe ich eine neue Lösung gefunden. Und zwar, da musste ich auch einen Ray Blaser-Sternadapter dazu umbauen, weil das System ist wieder vom Fastensystem, so wie beim Anker halt. Deswegen habe ich den so umgebaut, dass ich einen Ray Blaser-Adapter genommen habe und den einfach gegen den Fasten-Adapter ausgetauscht habe. Das geht, weil wenn man dieses Schraube hier löst, dann fällt der Fasten-Adapter einfach raus und man kann dann den Ray Blaser-Adapter dazu tun. Das Problem ist dann nur, es rotiert sich 360 Grad und um das zu lösen, habe ich das einfach hier mit so einer grünen Masse dann verklebt, sodass sich das nicht mehr 360 Grad dreht. Wenn man die Schraube aber ganz feste zieht, dann dreht sich das eigentlich auch nicht mehr. So, warum habe ich gewechselt? Und zwar, das Besondere daran ist einfach, das Aufnahmesystem. Und zwar gibt es hier so einen universalen Adapter, so einen UA1-Adapter heißt der und den kann man dann mit so einem Doppelkleber auf das Handy kleben. Das funktioniert wunderbar. Ich habe jetzt in meinem Auto auch einen Handyhalter, das heißt, im Auto selber kann ich das da dran machen und wenn ich dann auf meinem Boot bin, dann kann ich einfach hingehen und das dann am Boot benutzen. Dazu muss ich das einfach nur da dran tun und reinklicken. Das Ding ist fest. Natürlich muss man das hier unten noch festmachen. So, das Ding ist bombenfest. Wenn ich das jetzt lösen möchte, dann muss ich an diesem Hebel hier drücken und kann das lösen. Also nochmal. Ich klammer das hier fest. Klack. Handy ist fest. Löse es. Lösen. Also ihr seht, das Problem mit dem Gummi und das Gummi stört dann am Display und so, ist damit behoben. Es ist einfacher reinzustecken. Ich kann das Ganze mit einer Hand reinstecken, indem ich das einfach nur reintue. Klack. Und das Ding ist fertig. Was kann man mit dem Artikel noch machen? Natürlich kann man das Ganze kippen und man kann das Handy dann in so einzelnen klack, 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 klack Schritten dann drehen und dann in die gewünschte Position bringen. Den Artikel gibt es leider nicht in unserem Shop, aber den könnt ihr die theoretisch auch problemlos selber umbauen. Wir überlegen in der Zukunft, sind noch nicht am Planen, also wir haben noch nichts tatsächlich umgesetzt, aber wollen natürlich in der Zukunft auch so ein System für das Rail Blaser System anbieten. So, dass ihr dann auch eine Komplettlösung habt und nicht irgendwas umbauen müsst oder so. Das machen wir für euch und dann habt ihr ein fertiges System für das Rail Blaser System und könnt dann auch euer x-beliebiges Handy oder iPad oder egal was es ist dann dran klemmen und dann problemlos genauso benutzen, wie ich es jetzt hier selber benutze. So, kommen wir zu unserer Echelothalterung. Das ist die Echelothalterung und wieder ein leidiges Thema, Akku. Auch hier benutze ich diesen hochwertigen Akku. Das Besondere an dem Akku ist einfach, der ist in einer wasserdichten Case drin. Das ist so eine amerikanische Case aus den USA und dann ist noch das Besondere, dass ich hier so einen Batteriestatus habe. Das kann ich mal sehen, ob die Batterie aufgeladen ist oder nicht aufgeladen ist und das, was ich am besten finde, ist eigentlich dieser Anschluss hier. Früher hatte ich immer so einen Klemmanschluss und dann ging manchmal das Plus ab, das Minus ab, hat mich total genervt. In diesem Akku hier ist auch so ein zusätzlicher Anschluss dabei, damit man sein eigenes Kabel dann mit diesem Anschluss versehen kann. Dafür muss man löten, aber einmal gemacht, ist wirklich das Leben deutlich erleichtert. Das heißt, ich kann diese Case jetzt hier einfach mal Plug and Play reinstecken, fertig und das Echeloth ist dann mit Strom versorgt. Dann gibt es nochmal hier so einen Karabiner und dann kann ich dann irgendwo hinhaken, wo ich möchte und das Beste an diesem Akku ist eigentlich tatsächlich diese Akkulaufleistung von der Batterie. Also ich kann das Echeloth problemlos über 10 Stunden damit betreiben. Das muss es mindestens haben. Ich habe noch nie geschafft, diesen Akku hier irgendwann leer zu bekommen. Total geiles Ding. Kostet ein bisschen etwas natürlich, aber das Schlimmste ist es, wenn mitten im Angeltur auf einmal die Batterie leer geht und man kein Echeloth mehr hat. So, unser ältestes Zubehör, glaube ich, aber mit auch eines der Lieblingszubehör von mir, ist diese Echelothalterung. Die benutze ich eigentlich immer und zwar auch wenn ich das Echeloth selber nicht benutze, benutze ich es, kann man das hier reinschieben und dann kann man das in der Position feststellen. Hier sind zwei Rutenhalter-Steckplätze und diese Rutenhalter-Steckplätze können für eine Route verwendet werden, aber im normalen Gebrauch verwendet man die gerne auch für Zange oder für Köder. Da kommen zum Beispiel auch hier oben die Würmer, die Wobbler oder was auch immer. Es ist eine super Plattform hier. Ich habe noch unten drunter so ein Batteriefach, wo ich auch gerne noch Sachen verstaue und oben drüber dann das Echeloth. Eine Geberstange habe ich jetzt leider noch mal eine alte, ältere Methode. Da gibt es auch bessere Varianten von Ray Blaser, wo man die dann an den Heckspiegel dran befestigen kann. Ich habe wie gesagt eine ganz standardmäßige, die gibt es auch in unserem Shop so nicht zu kaufen, aber die sind sehr weit verbreitet, diese Systeme. Das ist einfach nur so ein Klemmanschluss, den mache ich dann hier an die Seite dran und kann den Geber dann hier so raus und rein, indem ich dann hier dran befestigt drehe, kann ich den dann raus und rein tun. So, das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist hier das Kabel anschließen. So, was habe ich noch alles dabei? Dann schauen wir mal. Sonnengräber, sehr wichtig. Zange. Und was meiner Meinung nach auch super geil ist, und zwar fischen wir natürlich auch sehr gerne Wobbler so um die 10 Euro halt und dann ist das ärgerlich, wenn so ein Wobbler mal unten drunter hängen bleibt. Und das haben wir auch nicht in unserem Shop, aber kann ich auch wärmstens empfehlen. Das ist so ein Wobblerlöser und zwar wird der hier an die Schnur gehangen und kann dann entlang der Schnur dann runtergelassen werden und diese Kettenglieder hier haken sich dann im Drilling vom Wobbler ran fest und dann zieht man fest da dran und hat den Wobbler dann damit gerettet. Selbst wenn der Drilling kaputt gehen sollte, hat man zumindest seinen hochwertigen Wobbler gerettet. Also, das ist auch ein Zubehör, wo ich lange recherchiert habe, bis ich hier eine Lösung gefunden habe. Das Ding funktioniert wirklich gut. Es funktioniert nicht 100%, aber ich sag mal so, zu 70% kann man den Wobbler damit retten. Das ist auch wichtig. Dann kommen wir zu unserem nächsten Zubehör und zwar die Untersitztasche. Der Bereich unter dem Sitz ist eigentlich der Bereich, der am wenigsten benutzt wird und der Bereich, der am wenigsten stört, wenn da was ist, sag ich mal. Deswegen empfehle ich jedem eine Untersitztasche und zwar gibt es hier zwei verschiedene Varianten bei uns im Shop. Da gibt es einmal die Variante mit Thermo. Das ist dann in dem Fall hier, die ich selber benutze. Da habe ich dann so Kühlakkus drin und das hält dann meine Getränke kalt, das hält dann meine Würmer kalt und falls mal, also wir selber sind eigentlich Catch and Release Angler hier in Holland, aber falls einer mal Fisch mitnehmen möchte, kann er die natürlich auch hier kalt lagern, sodass der Fisch dann auch nicht verdirbt und schön kühl gelagert bleibt. So, dann der Sitz, also die Tasche kann man dann, wenn man nach Hause geht, zum Beispiel auch einfach umhängen und kann sie dann nach Hause transportieren und auf den Sitz selber wird die einfach mit so Klettverschlüssen drangemacht. Dafür bauen wir den Sitz erstmal vorne dran. So. Montieren das Ganze hier relativ einfach. Die Klettverschlüsse angebracht. Das sind vier Stück, dann hält das Ganze Bomben fest. 1, 2, 3, 4. So. Das Schöne an dieser Tasche ist, was ich am liebsten benutze eigentlich, ist, so der Gurt hätte jetzt noch in die Mitte gehen müssen, aber ist jetzt egal, diese Seitenfächer hier. Und zwar kann ich hier jetzt diesen Woblaretta rein tun, kann dort meine Zange rein tun, weiß immer, dass sie hier ist und beispielsweise meine Sonnencreme. So, das letzte, was jetzt fehlt, ist der Motor. Das ist ein 6 PS Honda Motor und es kommen auch immer wieder Fragen, wie fährt der sich Boot, wie fährt sich das Boot mit einer Person, mit zwei Personen. Deswegen werden wir auch einmal demonstrieren, während wir fahren, wie schnell sich das Boot bewegt mit einem 6 PS Motor, das Nexus 320 und man muss natürlich berücksichtigen, dass das Boot wirklich voll equippt ist halt. Also, wir haben hier bestimmt Equipment mit dem Motor zusammen bestimmt über 50 Kilo hier reingebaut im Boot. Aber das Schöne sind einfach diese Slip-Reifen, das heißt, hier steht unser Auto, hier steht das Boot, wir bauen das Boot komplett zusammen. Komplett bedeutet auch den Motor hier drangeschraubt und können das Ganze dann mit Hilfe dieser Slip-Reifen komplett zu Wasser lassen. den Motor habe ich jetzt hier dran gemacht. Hier gibt es dann halt diese zwei Schrauben, die mache ich fest. am Heckspiegel. eine Seite, zweite Seite. Das, was ich jetzt noch machen muss, ist den Benzintank, also den Schlauch vom Benzintank noch am Motor anschließen und dann geht es zu Wasser. So, jetzt wird der Tank hier an diesen Anschluss angeschlossen. So, hier wird gepumpt damit Benzin in den, damit da keine Luft dazwischen ist. Wird das Benzin reingepumpt, damit der Schlauch voll Benzin ist. so, das war's. Jetzt machen wir Auto zu und ich zeige euch einmal, wie ich das dann zu Wasser trage. Und zwar hebe ich das vorne hoch und wie ihr seht, kann ich das problemlos tragen. Das ist wirklich sehr angenehm. Das einzige, was ich noch achten muss, dass die nicht an den Ästen stehen bleiben. Aber, so, ich habe das Boot jetzt komplett alleine zu Wasser getragen. und muss, okay, das Schöne an diesen Slipreifen, ich finde das immer so traurig, weil wir die, weil die Leute, die das jetzt im Video sehen, wollen das natürlich bestimmt auch haben halt, ne? Und da sind wir wirklich, wir sind stark daran, am Arbeiten dran, dass wir diese Slipreifen wieder liefern können. Das Schöne an den Slipreifen ist, dass wenn ich jetzt das Boot zu Wasser gelassen habe, verliert der Reifen ja so gesehen an Bodenhaftung und sobald der Reifen an Bodenhaftung verliert, rastet der automatisch raus, so dass ich den Reifen dann einfach nur noch von innen nach vorne heben kann. Das heißt, ich muss das Boot jetzt nur zu Wasser schieben und wenn der Heckbereich dann im Wasser ist, dann rasten beide Reifen raus und ich kann von inneren Booten einfach nur noch die Heckspiegel hochklappen, zur Seite drehen und perfekt. Noch eine Sache zu den Slipreifen. Also das sind jetzt Slipreifen von B und A. Das ist ein guter Freund von mir und der ist im Grunde wirklich der Erfinder dieser Reifen. Es gibt so ein paar Hersteller, die auch ähnliche Reifen verkaufen, aber da gibt es viele Unterschiede, Details. Auf dem Bild sehen zwar gleich aus, aber wenn man genau darauf achtet, dann gibt es ein paar Details und zwar sind die Stifte hier an den Slipreifen sind bei dieser Version geschweißt und bei der anderen Version ist einfach nur so eine Schraube mitgeliefert, wo dann auf beiden Seiten bei der Montage dann festgehalten werden muss. Hier sind die Stifte aber an diesem Edelstahl verschweißt und geschliffen und das Ganze hat eine Führungsschiene. Das macht die Slipreifen auch etwas teuer, weil das Ganze muss so gelasert werden, das muss ein Rohrlaser sein, was dieses Stück auch dreht beim Lasern und das macht das Ganze halt teuer. Das heißt, wenn nur eine Seite gelasert werden müsste, ist es problemlos machbar, aber wenn man das Rohr während des Laserns noch drehen muss, wird es halt komplizierter. Das Schöne daran ist aber, man hat eine Führungsschiene und die Reifen können sich wirklich nur in eine Position verdrehen. Bei anderen Herstellern ist das halt so, die nachgebauten sage ich mal, da ist das so, da kann man den Reifen dann immer wieder zu 360 Grad rumdrehen und da sind dann immer so kleine Kerben drin. Also eine ganz andere Qualität als dieses hier. Das andere ist so ein Baukastensystem, bei dem hier wird von uns komplett fertig montiert. Das Einzige, was ihr noch machen müsst, ist das Ganze am Heckspiegel anzubringen. Alles klar, jetzt lasse ich das Boot dann zum Wasser. So, jetzt sind hier natürlich sehr viele Steinpackungen. So. da. Na ja. so dreh das boot jetzt und jetzt würde ich vorschlagen dass der kameramann einmal mit einsteigt und dann geht's los kameramann ist drin jetzt muss ich noch rein dabei schubst sich das boot nach vorne und begibt mich dann zum brot geschafft ich hoffe ich konnte euch mit diesem video einige fragen beantworten wie ich das selber benutze ich habe mir sehr viele gedanken gemacht den ganzen markt recherchiert hat das beste vom besten als lösung für mich gefunden und ihr könnt das natürlich alles nachmachen das was ich jetzt hier präsentiert habe ich müsste jetzt die reifen hier nehmen nach oben klicken so und einem heckspiegel befestigen das gleiche auf der anderen seite und fertig so jetzt sind wir hier in remont von hier aus kann man anlegen und das ist das schlauchboot hier von uns ja es war ein schöner angeltag auf jeden fall jetzt machen erstmal halbzeit der eiern der angel kollege ist jetzt was zu essen holen gegangen wir legen jetzt hier an und nachdem wir dann hier eine pause gemacht haben gegessen haben geht es weiter was ich noch vorhin vergessen habe zu erwähnen ist halt diese kamera alter hier und die ist dann mit so einer gopro bestückt das ist die stange und hier vorne an dem report wird es dann festgemacht das ist auch sinnvoll insbesondere auch für uns halt weil wir gleichzeitig die gopro kamera immer auf auf aufnahme modus drin haben das heißt wir drücken dann einmal hier auf diesen knopf dann nimmt die gopro auf und das schöne ist dann halt wenn die gopro dauerhaft aufnimmt dass wir dann auch videos haben wo wir wo der fisch dann in dem moment bei ist so wie versprochen will ich euch noch ein paar sachen zeigen auf dem boot und zwar zunächst einmal wie der anker richtig tatsächlich auch funktioniert auf dem wasser und zwar den anker so wie der jetzt hier ist habe habe ich zum ersten mal jetzt im einsatz und zwar leider einen fehlkauf also die gewichtsangaben von fünf kilo ist für das boot wirklich optimal aber der hals hier ist einfach zu lang und ich bin es halt immer gewöhnt ich möchte es gerne so haben dass der anker einfach hier dran baumelt und das funktioniert mit diesem anker leider nicht nichtsdestotrotz will ich einmal demonstrieren wie das funktioniert also stellen wir uns mal vor der anker baumelt jetzt hier dann betätige ich diesen hebel hier lasse den anker dann zu wasser jetzt ist der unten angekommen und kann das ganze dann hier noch mal so nachjustieren bis das perfekt stramm ist falls sich das boot jetzt weiterhin bewegen sollte und diese schnur wird wieder schlaff da muss einfach nur ein bisschen dran ziehen und dann ist es wieder fest wenn ich wieder losfahren möchte das heißt wieder nicht also wenn ich bin nicht mehr ankern möchte dann ziehe ich einfach hier immer an dem seil so lange ist der anker dann draußen ist und bei dem fall jetzt müsste ich den ins boot holen weil wenn ich fahre dann schwappt das ganze wasser weil er einfach zu lang ist der anker schwappt das ganze wasser ins boot rein ich werde mir höchstwahrscheinlich einen anderen anker besorgen so ich müsste den jetzt zum boot holen das sollte man eigentlich auch vermeiden weil ich möchte einfach dass kein wasser in das boot rein kommt so jetzt wollen wir einmal zeigen wie sich das schlauchboot verhält mit einem 6 ps motor und zwei personen auf dem boot und das nexus ist eigentlich ein sportliches schlauchboot warum ist das ein sportliches schlauchboot weil das einfach der kiel ist aufgeblasen und der gibt noch mal auftrieb dem schlauchboot das heißt das schlauchboot hat sehr wenig wasserwiderstand weil es einen sehr hohen auftrieb hat und wie das schlauchboot sich jetzt verhält bei vollgas wann er auf gleitfahrt kommt das möchte ich jetzt einmal demonstrieren dazu starte ich den motor so ich muss einmal die richtung ich fahre jetzt auch entgegen die strömung wir sind zwei personen auf dem boot und halt voll equippt jetzt gebe ich vollgas der vordere teil hebt sich jetzt leicht und legt sich dann wieder zu wasser und jetzt im moment ist der punkt erreicht wo wir auf gleitfahrt sind und das ist halt der die geschwindigkeit die mit sechs ps und zwei personen mit dem schlauchboot machbar sind das ist schon ordentlich sage ich mal also man merkt mit sechs ps zwei personen voll equipt kann das schlauchboot sehr leicht auf schlauchboot kommt er auf gleitfahrt kommt und das passiert wirklich tatsächlich deshalb weil der eine sehr schöne aufbau hat der luftboden dann gibt einen extrem guten auftrieb und hat auch einen eingebauten keel dadurch kann man sehr gut mit dem boot navigieren während man auf gleitfahrt ist ansonsten mit dem gehen und stehen auf dem boot also war auch mal lang diskutiertes thema einmal das präsentiert auf einem tisch und dann gab es so kommentare wie ja das hat ja keine das hat wasser hat keine balken und also generell schlauchboote sind sehr stabil weil der auftrieb von rechts und links gewährleistet wird und dadurch habe ich halt so ein brett hartes feeling und dem auf dem boden kann ich auch problemlos stehen gehen oder es ist wirklich gar kein problem bei dem boot ich habe bisher noch kein kunden gehört der gesagt hat ach so eine katastrophe ich kann da gar nicht drauf gehen und stehen ich möchte das boot nicht mehr haben im gegenteil also man ich persönlich steht total auf luftboden schlauchboote egal ob das jetzt eins von uns oder von woanders ist ich bin ein fan davon weil einfach simpel aufbauen aufpumpen und los geht's halt und jedes gewicht was gespart ist ist auch besser für den motor halt also es kommt noch öfter oft fragen die fragen mich dann halt ja was für was für motor sollte man für so ein schlauchboot verwenden diese frage sehr schwer zu beantworten einfach deshalb weil der motor selber hat 6 ps und muss in diesem fall jetzt wenn das schlauchboot 50 kilo wiegt ich selber noch mal 80 da muss es 130 kilo drücken wenn jetzt eine zweite person auf dem boot ist dann liegen wir schon über 200 kilo das heißt ein 6 ps verteilt sich auf über 200 kilo und diesen unterschied merkt man extrem ob ich jetzt alleine zu zweit oder zu dritt auf dem schlauchboot bin deswegen kann man das pauschal halt nicht sagen zu zweit kann ich bestätigen dass es mit 6 ps wunderbar funktioniert auch mit 5 ps funktioniert das wunderbar und ich sage mal wenn ich jetzt alleine bin das boot hat 15 ps zulassung und ich im 15 ps motor benutzen würde glaube ich eigentlich stark dran habe ich schon mal benutzt auch dann ist man schon sehr übermotorisiert sage ich mal so dann fliegt man schon fast mit dem schlauchboot ansonsten war es das fürs für heute wir haben super angeltag gehabt wir haben sehr viele schöne fische gefangen hechte hatten wir barsche hatten wir aber um dieses thema geht es eigentlich heute nicht ist folgen aber in zukunft auch so ein paar videos wie wir fische fangen oder was wir angelequipment wir benutzen dazu würde ich dann auch in der zukunft noch mal so ein paar videos machen aber derzeit warten wir noch auf so japanischen hersteller daishisiko mit denen der jetzt auch diese rutenhalter hier baut die wir hier auf meiner linken seite und der bietet wirklich sehr phänomenales angelzubehör da wollen wir jetzt noch näher in die partnerschaft drücken wir haben schon die order bestellt und die sollte jetzt im nächsten monat dann ungefähr kommen und dann will ich ihnen will ich noch mal so ein paar sachen dazu zeigen was man zum angeln alles noch an zubehör bei sich tragen sollte oder was sinnvolles nach meiner meinung bis zum nächsten video bis bald